Die Hafenstadt Alicante. Anziehungspunkt für kinderlose Paare aus der ganzen Welt. Es ist das Zauberwort Eizellspende, das sie anlockt. Eine Methode der künstlichen Befruchtung, die in Deutschland verboten und in Spanien ein Wirtschaftszweig ist. In der Klinik von Dr. Atzporua werden jedes Jahr 1200 Patientinnen behandelt. Die Hälfte kommt aus dem deutschsprachigen Raum. In der Hoffnung auf ein medizinisches Wunder. Die Eizellspende in Deutschland wird wie ein Schmuddelkind behandelt. Was dahinter steckt, ist mehr schleierhaft. Die Sammenspende ist erlaubt. Die Diskussion in der Gesellschaft mit der Gleichberechtigung ist auch 20 Jahre voraus als in Spanien. Sollen wir dann unsere Mitbürger, die ohne Eierstöcke geboren worden sind, das Recht verbieten, Eltern zu sein? In Alicante ist vieles erlaubt. Gespendete Eizellen, befruchtet unter dem Mikroskop, ausgewählt im Labor. Nachwuchs fast mit Garantie. Hier ist das Foto von Embryo. Sieht sehr schön aus, hat wunderschönen Körper. Schwanger werden ist das oberste Ziel. Die Stunde der Wahrheit, hier sind die Ergebnisse. Zwischen 4 und 15.000 Euro kostet ein Behandlungszyklus. Ich bin oberglücklich. Nach deutschem Recht wären diese Frauen nie Mütter geworden. Die spanische Klinik hat mir Gott sei Dank die Eizellspende möglich gemacht, um auf diesem Wege Kinder zu kriegen. Manchmal sind es medizinische Gründe, doch in den meisten Fällen ist es schlicht das Alter, das den Kinderwunsch schwierig macht. Larissa ist jetzt 45. Die Kindergärtnerin hat bereits einen erwachsenen Sohn. Doch das reicht ihr nicht. Ich weiß, wie sich das anfühlt, Baby auf dem Arm zu haben. Und Baby neun Monate auszutragen und an eigenem Herz festzudrücken und Küsschen geben. Ich wollte das einfach, dieses Gefühl nochmal erleben und Volker einfach, dieses Glücksgefühl Papa zu werden, zu schenken. Ein Geschenk, das das deutsche Embryonenschutzgesetz verbietet. Ich kann durchaus verstehen, dass das Embryo geschützt werden soll. Aber wenn wirklich ein Kinderwunsch vorhanden ist und die Paare dieses wirklich wollen, dann sollte man sie auch unterstützen. Was Dr. Azpourua hier verwaltet, ist das weibliche Pendant einer Samenbank. Hunderte anonyme Spenderinnen. Junge, gesunde Frauen mit passgenauen Eizellen. Das ist unsere Spenderdatei. Das sind an die 500. Hier halten wir so viele Daten fest, dass es uns automatisiert sehr leicht fällt. Basiert auf Äußerlichkeiten. Eine Spenderin auszuwählen, die in Kombination mit dem Paar ein Kind ergeben kann, was erklärbar ist aus der Konstellation der Eltern. Unter Vollnarkose werden heute einer Spenderin Eizellen entnommen. Pro Eingriff bekommt sie dafür eine gesetzliche Aufwandsentschädigung von 900 Euro. Jeder schwarze Fleck ist ein Follikel, also eine Eizelle. Wir zählen eins, zwei, drei, vier, fünf, neun, also ungefähr zehn Stück. Eins, zwei, drei, vier. Die Eizellspenderin muss sich vor dem Eingriff einer zweiwöchigen Hormonbehandlung unterziehen. Sechs Zyklen dieser Art darf sie absolvieren. Muttergefühle entstehen dabei laut Spenderin nicht. Das Baby hat zwar meine Gene, aber es ist die Mutter, die für das Kind sorgt und es neun Monate in ihrem Körper trägt. Die einzige Verbindung zwischen mir und meinem Sohn oder meiner Tochter ist genetischer Art. Die richtige Mutter ist dagegen diejenige, die es großzieht. Eine richtige Familie wurden auch die Wiesners erst in Alicante. Davor lagen fünf verzweifelte Jahre, vier gescheiterte Schwangerschaften und jede Menge Selbstzweifel. Ich fühlte mich nicht mehr als Frau, ich fühlte mich auch als Versager, weil ich meinem Mann nicht das geben konnte, was eigentlich jede Frau könnte. Ich fühlte mich unvollständig, wir fühlten uns unvollständig, unsere Ehe ging in den Bach runter. Dass die Kinder jetzt nicht von meiner Frau sind, stört mich nicht, weil sie sind ja trotzdem unsere, weil sie waren ja acht Monate bei ihr im Bauch. Und daher stört mich das, habe ich kein Problem damit. Die Wiesners mussten bis zuletzt um ihren Nachwuchs bangen. Lennox und Lenja kamen einen Monat zu früh zur Welt, lagen wochenlang im Brutkasten. Mittlerweile sind die Zwillinge wieder zu Hause in Stohlberg und wohlauf. Genetisch verwandt sind sie nur mit ihrem Vater und mit jener Frau, die anonym ihre Eizellen spendete. Für Sabrina Wiesner ist sie die wahre Heldin in ihrer Familiengeschichte. Ich empfinde sehr viel Dankbarkeit für die Frau. Ich weiß gar nicht, wie ich ihr überhaupt Danke sagen kann. Man kennt die Frau nicht, das ist auch einerseits gut so, dass man sich da nicht immer dran erinnert oder diese Frau in den Kindern sieht. Aber, ja, ich weiß nicht, was ich ohne diese Frau gemacht hätte. Fast acht Monate nach der Geburt ihrer Kinder reisen die Wiesners erneut nach Alicante. Die frisch gebackenen Eltern wollen ihr Glück nochmal versuchen. Wieder mit einer Eizellspende. Hallo, wen haben wir denn da? Die ganze Familie Wiesner, schön, Sie wiederzusehen. Wir kennen uns schon so lange, die weißen wir nicht. Mit der Zeit kam halt immer so dieser Wunsch, dann noch eins zu kriegen, nochmal eine zweite Schwangerschaft, weil das dieses Mal alles auf einmal war. Mit Zwillingen ist es so turbulent gewesen in der Schwangerschaft, dann konnte ich die Kinder nicht auf natürlichen Weg zur Welt bringen und ich würde das alles nochmal gerne erleben. Zwei Jahre müssen zwischen den Geburten liegen. Am Nachmittag kommt ein Paar aus England in die Klinik. Die Pearsons sind schon vor Monaten nach Alicante gezogen, um endlich späte Eltern zu werden. Die 41-jährige Stadtplanerin hat in ihrer Heimat bereits zwei künstliche Befruchtungen hinter sich. Beide ohne Erfolg. Doch diesmal hat sie große Hoffnung, dass es klappt. In wenigen Augenblicken geht es los. Heute findet die Eizellentnahme bei ihrer Spenderin statt. Und sie sind hier, um ihre Samenspende abzugeben. Wir werden das Sperma auf unterschiedliche Faktoren wie Konzentration, Anzahl, Aussehen und Fruchtbarkeit überprüfen. Danach werden die Eizellen von der Spenderin entnommen. Die Eizellqualität ist aufgrund ihres Alters sehr gut. Und dann geschieht die eigentliche Befruchtung. Für Herrn Pearson ist es der Moment, in dem er seinen Teil zur Befruchtung beisteuern muss. Ich fühle mich gut. Ich gebe jetzt meine Samenprobe ab. Das wäre der erste Teil. Dann testen Sie es und stellen sicher, dass es funktioniert. Ich werde ihm dabei zur Hand gehen. Buchstäblich. Das hat sie nicht erwartet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dabei bin. Das ist wirklich positiv. Die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Versuch schwanger zu werden und das Kind gesund zur Welt zu bringen, liegt laut Klinik bei 60 Prozent. Die Hoffnung ruht jetzt zu gleichen Teilen auf der Samenspende des Mannes und auf den Eizellen der Spenderin. Unter dem Mikroskop finden beide zusammen. Insgesamt zehn Eizellen werden befruchtet. Fortpflanzung unter Laborbedingungen und fast ohne rechtliche Beschränkungen. In Spanien dürfen wir, anders als in Deutschland, alle Eizellen befruchten und so viele Embryonen wie möglich generieren. All diese Embryonen haben die gleichen Rechte. Und es ist die Natur, die dann in der Entwicklung dieser Embryonen, die maximal fünf, sechs, sieben Tage sein kann, unter artifiziellen Bedingungen. Es ist die Natur, die entscheidet, welche die stärksten sind. Das ist ein bisschen Darwinismus. Die Warnkes sind schon einen Schritt weiter. Auf sie warten vier genetisch unauffällige Embryonen. Fünf Tage sind sie jetzt alt und noch liegen sie eingefroren in der Klinik. Wir wollten natürlich zwei einsetzen als Zwillinge, weil wir so lange gewartet haben, dann gleich Glück hoch zwei. Aber weil unsere Ärztin hat uns abgeraten von Zwillingenschwangerschaft, weil das ist immer mit Risiko verbunden. Wir haben uns für ein Baby entschieden. Heute soll das Baby, das in Wahrheit noch ein Embryo ist, in den Mutterleib von Larissa Warnke eingesetzt werden. Die Auswahl fand im Labor statt. Hier ist das Foto von Embryo. Sieht sehr schön aus, hat wunderschöne Körper. Ja, man sieht, hat mehr als 100 Zellen. Und die Hauptsache ist, das ist gesund. Der Embryotransfer geschieht ohne Narkose. Kurz vorher wird noch einmal die Identität der Empfängerin festgestellt. Um Verwechslungen auszuschließen. Larissa Borisovna Warnke, geboren 28.07.71. Ich transferiere ein genetisch unauffälliges Embryo. Gut gemacht. Ich kann kaum aufwarten. Und dann geht alles ganz schnell. In der Kanüle, die die Embryologin hereinbringt, ist alles, was sich Larissa in den vergangenen Jahren gewünscht hat. Ein Wunschkind, kleiner als ein Stecknadelkopf. Jetzt werden wir Embryo in die Gebärmutterhülle reinbringen. Sie sehen mich, wo ich mich mit dem Katheter millimeterweise in die Gebärmutterhülle bewege. Christina, jetzt bitte Embryo auslösen. Drei, zwei, eins. Super. Ich bin eine Mami. Endlich. Wir sind Eltern. Ja. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Man hat so lange drauf gewartet. Und jetzt ist es endlich soweit. Schön. Ich bin oberglücklich. Alles gut. Viel Glück. Dankeschön. Dankeschön. Bei der nächsten Patientin hat der Embryotransfer bereits stattgefunden. Heute wird Veronika Olmos erfahren, ob es mit der künstlichen Befruchtung geklappt hat und ob sie tatsächlich schwanger ist. Ihr erstes Kind hat sie auf natürlichem Wege bekommen. Einem Wunschkind wird immer entgegengefiebert. Aber ich glaube, dass der Wunsch bei Menschen wie uns, die sich so einer Behandlung unterziehen, noch stärker ist. Ein paar Minuten später ist es da. Das Ergebnis des Schwangerschaftstests. Die Stunde der Wahrheit. Wir haben das Ergebnis. Schau nach. Die Kollegin klärt auf. Das ist das Ergebnis. Positiv wäre mehr als fünf. Und hier sind 200. Du bringst mich noch zum Weinen. Komm, dich muss ich auch umarmen. Ich bin wirklich überwältigt. Ich dachte zwar schon, dass es wahrscheinlich ist, aber klar, bis man die Ergebnisse bekommt, ist das nicht real. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin sehr glücklich. Und wenn alles gut geht, wird sie eine zweifache Mutter sein. In etwa neun Monaten. Ich bin gar Linda. Vielen Dank.